Willkommen zu... So kommt's wieder ein... Special-Mode bei LOL Nemesis Draft Nemesis Draft Ich hab' noch nie gespielt Lukas aber... Und Niko auch Glaub ich Mit dabei übrigens Niko Wer's nicht weiß Und äh... SACHT MAH WAS Zu diesem Spiel-Mode Niko Niko Der sagt mal recht Es ist unglaublich schön und ähm... Bunt Unbedingt... Austest... Austesten, sagt man das? Ja Wie immer Er wird dabei übrigens Lukas und äh... Niko Niko ist krank Lukas auch Und äh... Angeblich Zwei Und äh... Man... Pickt die... äh... Champions Für die Gegner Das heißt, wen ich bekommen werde Ist... Fraglich Und ich werde diese Auswahl höchstwahrscheinlich... Deswegen werde ich den Gegner höchstwahrscheinlich dafür hassen Deswegen darf ich auch leider nicht mit dem Spielmodus Timo spielen Hä? Und... Lukas hat Karma bekommen Ist das ein Timo-Main oder was? Nee, aber in... Special-Modes spiele ich IMMER Timo Ach so ist das Das ist seit äh... Ultra wird feier so Das war der erste Special-Mode den ich aufgenommen habe Und seitdem Spiele ich immer Timo In der... Äh... Special-Mode Aha Fuck Der Jungle ist hier... Anscheinend überhaupt... Ich... Jungle ist... Meine Taktik Er wird nicht mit dem Spiel Er wird nicht mit dem Spiel Aber an dem Spiel Ich hab aber wirklich mal Bock... Er wird wohl sind ooh Der ne 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 Warte Ich... Lady Nein, 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 der ist zu stark Wen dann? Ähm, hast du noch Zeit zu überlegen, warte Ähm, feel the thorns in the race Ich hab noch 8 Sekunden Ja, lange genug Udi Wo ist der? Das hast du sehr früh gesagt Das ist meine Standardzeit Schreib mal, dass du top gehst Serious Ah, äh, ne, wir sind support Weißt du was? Ich geh top mit dir Ja Oh, ich nehm den Classic Skin Ich nehm, äh, ich nehm nicht den Classic Skin Sondern den Classic Skin Ich will die mal spielen Ich kann beide nicht, also Der Tufel wird entscheiden Oh, ich nehm den Classic Skin Er hat gesagt ich kann den Chappie gar nicht. Lololololololol. Ulti. Ach so, stößt er hier auf die Pelle. Jetzt kommt der Windows-Hound-Test. Nanol, komm ich nicht rein. Oh, nein, komm ich nicht. Jetzt haben sie aber das Splashart von Ari geändert. Äh, Anivia. Was haben sie? Das Splashart von Anivia. Das müssen sie geändert haben. Wenn man in der Alistar besitzt. Unchained Alistar. Insgene, man bekommt ja, wenn man bei Riot Games bei YouTube 0% was bist du für Ja komm, es ist dunkel im hell. Das ist aber schon voll lange so. Hä, das ist anders. Das muss anders sein. Nein, das ist schon lange so. Also man sieht halt nur eine Anivia in Game. Der Hintergrund ist langweilig. Das ist einfach der Standard-Hintergrund. Das ist, das ist doof. Sie hätten ruhig einen, äh, anderen Hintergrund nehmen können. Dann wollen wir mal. Ich kaufe einfach mal die Recon mit Items durch. Ich nicht. Du musst wohl ab hier spielen. Dann ist sie stark. Habe ich schon gespielt. Wen spielst du? Ich spiel Karma. Ich spiel Nami. Wir haben getauscht. Du spielst Nami. Mhm. Nice. Äh, was muss man skillen? Was? Skillen. Die Q. Bünder. Ja, Sven, ich spiel Nami. Maurice Karma. Ich nehm auf. Ich nehm auf. Sven. Hä? Bisschen Spasti. Was? Wir sind wieder 50 Sekunden in Game. Sven, sagen Sie doch mal Hallo, ich nehm auf. Tschüss. Eigentlich war ich erst Karma. Maurice wollte unbedingt dein Karma spielen. Was? Wenn du meine Ulti und Q nimmst, dann bist du OP. Kommt Jesus vom Himmel gesprungen mit ner Knarre und knallt alle ab. Das ist das falsche Spiel. Die Auto hütte sich zu tot. Sven. Ja? Einweisung in den Champion Karma. Voll AP. Attacken. Die Q ist ein Skillshot, der beim Einschlagen AOE-Damage macht, wenn er denn überhaupt einschlägt. Oh, dieser Damage-Zoraka. Wenn du die Q und die Q und die Q verstärkst, wenn du die Q und die Q und die Q verstärkst, machst du extra Schaden. Und auf der maximalen Reichweite zerplatzt die Q auf jeden Fall. Und macht dann nach zwei Sekunden nochmal Schaden und slowt. Hallo, die Zoraka geht auf AD. Das neue Meter, Alter. Die W ist, glaube ich, der Schild. Maurice? Nee, ich hatte noch die E. Was? E. Ja, die E. Okay, dann ist die E der Schild. Wenn du den Schild mit der Ulti stärkst, dann hast du ein AOE auf deinem Schild, der Damage macht. Und alle, die von deinem Team in diesem AOE sind, kriegen denselben Schild wie derjenige, auf dem du das Schild machst. der strahl den du machst das macht ein bisschen schaden wenn der komplett durchgeht ist es wie eine blanke hätte dann hält die fest und macht noch mal extra wenn du den wenn du ihn mit der ulti verstärkt dann heilst du dich wenn du ab dem zeitpunkt wo du wo die kette wurde über strahlte ich 20 prozent eines fehlenden lebens und wenn die kette bestehen bleibt also wenn der strahl bestehen bleibt noch mal um ein paar prozent als erinnahm ist voll geil ja aber wenn es auf ap spielst und ich habe auch nicht als für die fans spielen auf support und er wird unten er auf support ist doch ab seit wann haben wir nicht vor seit wann haben die einweisung genügend noch kurz die weh ich hab's vergessen du weh ein der w ist ein strahlend hat auf den gegner machen so point and click mäßig er macht dann ein bisschen schaden wirklich nicht viel gut job boris werden sie auch der selbe in die verbindung dann bestehen bleibt so kann hältst du die gegner fest und machst noch mal schaden ich bin skiller wenn du jetzt den strahl mit der unteren strahlen hast du mehr schaden und du heilst dich damit jetzt wenn du nervst du merkst das ja ich will nur den morisian-clamp-caro funktioniert alter das ist troll hier ok kein was wäre machen wir es trotzdem büßchen die attacken des champions ich mach Nami auch früher als Teil Nami ist nicht so schwer Nami ist ja logisch man sieht ja durchaus mehr Namys als Karmas ah nicht schnett wir haben ja nie wieder, sieht man die auch oft? ja nie, okay hat X was mit Maurice, na kann man kann man muss man aber nicht Maurice kann jetzt AD geben, dann bist du okay hier guck ich kann nicht heilen, weißt du? mit der wunderschönen Gespannigkeit wie die jetzt auch Double Top machen also mit Nami könnte man auch mit Längen gehen, oder? viel Spaß beim Last-Zitten ja was denn E-Skillen und ja für 3 Last-Zitten für 3 Last-Zitten ist schon geil, ne? was denn? 56, ja du machst also du hast ungefähr das Lissandra-like hat sie Teleponent, ja sie hat Teleponent Meiner war schneller ich hab's einfach nur gehasst, dass das nicht mehr gelaufen ist ja Gott, die können sich mehr heilen als wir die haben zwei Mistviecher, die heilen können die haben zwei Mistviecher, die heilen können hast du verpennt eine nööööööơöööä Ha 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 oh ne meiner Indecision, die Welt Geht, nulle Okay, da kann sie ja Deswegen ging ja auch Platz wieder ran Ta isa tööd Uuh, die ist mega Los, komm, hier Hopp, ja Ich komme, ich komme Bitch Ich komme, ich komme Fuck you Von der Karma getötet Wenn es zu mir kommen soll, dann hätte sie gewonnen Ich war in einer Panik-Situation Oh, diese Damage Diese Damage Oh, mein Ultima hat so viel Damage Machst du Ulti, äh, Soraka One-Hit Machst du Ulti, Soraka One-Hit Ne, mach nicht, will der Mensch mal um die Die Range, guck Lässt sich aber auch doof treffen Es ist einfach, uh Es ist einfach, uh Es ist einfach, uh Äh Schulz Oder Prost genannt Unrecht Unrecht, bist du bereit, rein zu gehen Was macht die Ulti nochmal Meine? Ne, meine Ja, du kannst dich jetzt mal hier hinstellen, wo ich stehe Drückst Ulti Machst die Kuh an Und schießt die Kuh auf Soraka Da T Soraka Ich mach Damage Komm Goin, 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 goin Nein Nur weil ich gestunt wurde Good Job Bitch, 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 bitch Das war doof dieser Weg Der war so doof Quatsch Um 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 Easy Er ist tot Ah, ich krieg Hyping, merk ich, oder? Welche Schuhe? Aha Ich hab die Hälfte aller Gelds Im Team Ich hab die Hälfte aller Gelds Im Team Jakob Wir haben ein Mechchchip Hyping Ja, man hört's an tog sec Ich hab die Hälfte aller Geld Jetzt könnte alles tauchen noch, um sich ein paar Kills zu smacken. Oh, ich glaube, der hat getroffen. Warte, voll daneben. Du, Asi. ich habe euch in so ein bing was ist mit deinem internet kaputt? was? was ist mit deinem internet kaputt, dass du den läuse und halte ihn hast? ich habe nur einen Schiff von mir also die Worte steht da ja noch Hast du deine Worte bestellt? Fail Ulti, mein Lieber! Ich brauch's auch heute zu husten. Hast du den auch, nico? Ja. Also das Game ist zum Scheitern verurteilt. Alter kommt der... Ihr seid einfach nur schlecht. Er kommt diesmal nicht auf die Topplane. Hier. Weißt du, da ist mit 300 ping zu spielen. Du musst richtig vorausachten spielen. Aber trotzdem, äh, triffst du die so... Ah, sag doch, Lachsgiller. Na, aber Lachsgiller? Ja, ja, Lachsgiller. Neu... 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 1 1 ich Ich höre, woher kann man sich denn nehmen? Amour Fuck, ich schluck auf Oh, die Noten! Jetzt haben die unsere Dauer! Sorry, nicht Noten, Nütchen Achso, stimmt ja! Äh, der Lukas leitet die Konfi Jaaaaa Hätte ruhig ne bessere Person gehen können als Lukas, der die Konfi leitet Ja Wisst ihr was? Sie kriegt das ja sowieso nicht hin, wegen Lukas Ja, aufgelegt So Die Konfi, äh, Konfi, also wieder so Und bläh Nicht überleben, weil halt eben Lukas die Konfi geleitet hat Bitch Ähm Mit der Basis Hallo Na, ich hab das Na, guck mal auf Jo Wer leitet jetzt? Hallo Naja, hier endlich meiner mit dem richtigen Internet Sven leitet? Freundlich Muss sein Sion kommt wieder Alter, muss der Sion Zitat Niko, richtiges Internet I know what you mean Äh, warte mal Das gelbe Geräusch ist nicht schwer Äh, versuch's aber mal Scheiße, das fand ich gerade super Ach, egal Ohm Kacke, 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 ja, er ist tot Kacke Äh, das finde ich jetzt nicht nett, dass er Zitat, jemand mit dem richtigen Internet Was? Was der Niko gesagt hat, Zitat, jemand, warte, Zitat, jemand mit dem richtigen Internet Und dann hat Niko's hin, wenn er weggeht Juhu Styler, Karma, bester Spieler Nein Nein, 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 definitiv Nein So So Fuck. Oh, jetzt wurde ich geshuttaunt. Achso, nebenbei. Hast wahrscheinlich schon gemerkt, aber das Schild gibt auch Lauftempo, ne? Ja, damit bin ich einmal entkommen. Hä? Damit bin ich einmal vom Tarek entkommen. Werden Sie in der Aufnahme sehen. Gut, ey. Guten Tag. Oh, ich bin gerade bei einem Ritter WLAN, aber da richtig behindert. Was? Das war schon mal richtig behindert. Da bin ich nur gar nicht hergestellt. Bei der Konfi? Nein, mal WLAN. Warum, weil nutzt du auch WLAN? Weil bei uns LAN-Kabel legen Kacke, es ist zu meinem Ort, wo mein PC ist. Dann aber was an. Dann mach. Wie sie sich wollen wir höchstens erst mal walten, Repeat. Vorher kennt man das Wort Minecraft. Wo mein Redstone, Repeat, man. Was, muss man leider noch neu starten. Und nochmal, haben wir noch, haben wir schon gewonnen? Äh, nee. Es steht gerade besser, die Gegner sind gerade besser, weil das Team scheiße ist. Nee, nee, weil ich weg bin, das merkt man halt. Ja. Ich komme jetzt, manchmal die Ulti über die Map, die 3000 Damage macht. Sie können alles in der Aufnahme sehen können. Ich weiß gar nicht, wann es zuletzt war, dass ich mein alt Pingenloge hatte, so lange her. Wasted Ulti auf live. Oh, verzieh' ne Wort, verzieh' ne Wort, verzieh' ne Wort, verzieh' ne Wort. Komm, komm. Der ist doch geflasht. I trefft. Butz. Goile, schlitz. Ich hab Ping. Alter, dass der den Kill bekommt, bin ich nun wirklich nicht zufrieden. Ah, hä, hä, hä. Wer war OP? Ich war OP. Und mein Ping ist immer da. Alles KS, was er gemacht hat. Er hat rein gar nichts gemacht. Ja, ich war alles. Wir beide. Der hat einfach... Ich hab Tele-Bot, Flash und Ulti dafür gehabt. Wie gesagt, wir beide waren die, die am meisten gemacht haben. Und was hat der? Der hat einfach nur ein Last-Hit. Der kann gar nichts. Jetzt kommt die Power. Warte, ich mach' hier mal den, äh... Meines Todes. Dragon. Okay, du, du, du lenkst die Gegner ab, dass wir da rein... Vielleicht lenk die grad ziemlich hart ab. Du lenkst sie ab, damit sie nicht wissen, dass wir Dragon machen. Okay, sie kommen. Knallhart auf euch zu. Und mit sie mein ich Tafariq. Ah, totgesmightet. Überlebe. Die Rest kommt auch, übrigens. Scheiße, das war die falsche Taste. Scheiße. Ja, keine Sorge. Nichts. Was kann der Team eigentlich? Schau Ulti ab. Wir leben um die 700. Wir werden bei der Mensch meine. Ich mach' 250. Jolti, I'm waiting for you. Hit, 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 hit. Er hat die Soraka. Er hat den Tower getankt. Jetzt ist es einmal. Alter, Double Kill, easy. Jetzt bist du tot. Double Kill, alter. Double Kill. Warum bekommt er den Kill? Keine Ahnung. Ja. Das Team, rennt. Das war das Skill von mir. Kam weg, nenn ich. Warte, das Team. Das Team, ich hab' die Faust, die der Nico gestern hatte. Ich glaub' das Scheiße. Weil das Team gerade drei, drei Leute kämpfen gegen ein, nenn, nenn, eine Person, die schon tot ist. Das hat man nicht oft gegeben. Klingt tot. Du schlacht mit deinem Raum geplansche. Das hat sie dann. Wir haben einen Tower, hier, nenn uns. Wow, die Soraka hat rollt. Alter, was geil ist der die ganze Zeit? Ich hab' nur fünf Kills. Der hat 13. Ich hab' drei. Ja, siehste. Was macht denn das eigentlich? Hatt' ich noch nicht ausprobiert. Nichts Gutes. Ohm, bäm. Fuck, ich will nicht sterben. Also, nicht schon wieder. Heil mich. Pfff, weiß ich, ich hab' nicht in die Wand gerannt. Ohm. Die Tower ist tot. Also, ihr packt da neun drauf. Er hat mich in Skype angeschrieben. Er hat mich in Skype angeschrieben. Maurice, ich glaub' das war die selbe Person. Ja, das war der Nico, in der Konfi. Nico. Was hat er gestreamt? Ich will noch mal rein. Hä? Ich will noch mal rein. Ja. Nico. Nico, du hast ja so viel besseres Internet, ne? Ja, mein Vater hat grad in dem Moment das Internet ausgesteckt. Hilfet? Er hat's Internet ausgesteckt? Scheiße. Das ist echt so, ey. Er hat nicht den Router ausgesteckt. Also, den Router halt, ne? Ja, klar. Lukas, du bist tot. Teleport! Teleport, nicht Backport. Das funktioniert. Siehst du, ich hättest du geteleportet, alter. Jetzt mal, jetzt, äh, Ulti, 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 Ulti. Ich hab Ulti nicht. Secret Ulti. Oh, jetzt bist du tot. Oder? Ulti, 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 Ulti. Aber nicht, ich hab Ulti nicht. Ich hab Ulti nicht. Nein. Der Urgott will die Kills gar nicht. Wie lang sie für mich gebraucht haben, ja. Der Urgott, Fairplay, hat ne Kill nicht genommen. Na, ich hab die Top-Lane abgelenkt. Merkst du? Ja, hier, die beste Lane. Nach Syrah. An wen erinnert mich die englische Synchronstimme von... Äh. Äh, Karma. Deine Mutter? Nee. Äh. Äh, nee, äh. Klingt ähnlich, ist nicht die gleiche Person. Äh. So, was willst du da oder? Komm mal hier, dann rennen sie wieder weg. Tarek. Kommt. Oh, Tarek. Oh. Oh. Nein, nur weil sie mehr Fähigkeiten abhaft. Scheiße. Äh, nur, sie töten auf Kana. So. Zoffel. Ihr habt keine Probleme mit dem Entkommen. Nein, nur immerens. Loll, nein! Oh, hab ich lol gesagt? Ich wollte gerade nicht lol sagen. Ach, egal. Ich würde neun. Wie kann ich von neun auf lol? Hä? What the fuck? Mein Handy könnte jetzt ausrasten. Hast du dir schon wieder die app I'm Rich gekauft? Mit wem redest du? Was hab ich mir gekauft? Hast du dir schon wieder die App I am rich gekauft? Wat? Ich raff grad nicht worauf du hinaus willst Na, merkst du das? Hat der erst Smite mit? Ja, hat der Ha, daneben Getroffen! Kack Nein Kack, warum kommen die immer so So viel hin Das ist scheiße Mit eins oder zwei Kann man ja Aber was hat der? Wer hat grad was geschrieben? Wow, ich bin echt gut im Pinraten Was bist du? Im Pinraten Er hat gesagt, er ist scheiße im Pinraten Und Flash Und Flash Ich glaub da war eine Null Auch eine Null glaub ich Eine Null war da glaub auch Die letzte Zahl war auch glaub eine Null Ratest du die Ratest du die so? Was kann denn dieses Team eigentlich? Surrendert sogar Schaden Champions beim Zweiter Schaden 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 Ich beende diese Aufnahme, der Modus ist... Der Modus ist Olala, die D, Ende.